Halli holliche Freunde und herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hier mit deinem Team sind Kunran, Dallukat Sachse und der Alex. Du musst meinen Namen aber so betonen, oder? Wer sagt denn, dass das dein Team ist? Ich bin der Team Captain Up to Fort übrigens. Was sind das hier für eine Einleitung? I'm the Captain now. Du hast dich von Operator ausgewählt. Wollt grad sagen, ja. Kunran wollte nur einmal die neuen Operator testen, Leute. Exklusives Footage. Sämtliche Todesanimationen wurden gezeigt. Ja, sämtliche. Ne, aber das stimmt auch wieder nicht. Ne, durch den Kapkanrad, Bärenfalle, vom Dach gefallen, alles so möglich. Verhört worden. Ganz gesichert! Die Drohnen weg. Ist euch Drohnen schon gestauben eigentlich? Drohnen? So, wo machen wir denn Mike? Ich hab drei Drohnen. Drohnen? Wollen wir die auch zur Küche hin verstärken oder wollen wir das jetzt ausweichen? Ich raue und bin nur. Fink erst jetzt auch. Bier Drohnen. Ja, da machen wir mal. Hier können wir das verstärken. Oh, ihr habt den, den, oh der ist gar nicht mehr so schlecht, das Fenster da, glaub ich. Guck mal, ich denn das andere hin. Soll ich Assi-Moves machen oder? Ach komm. Assi-Moves? Der kleine Bruder von Assi-Moves? Darüber muss ich mal alle aufregen. 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 Der bleibt doch einfach stehen da. Ja, der hat dich angeguckt. Ja, das ist schön. Hat einer irgendwen schon gesehen? Nö. Also nö. Über mir ist einer. Auf dem Dach. Ja. Über uns. Hä? Habt ihr es jetzt aufgemacht? Nein. Nö, das ist wohl hier oben. Die futzen rein. Die haben reingefutzt von oben, ja. Leute, irgendeine ist runtergefallen. Die sind über euch mit Fuse. Über uns war Fuse gerade. Über dem Objective, ja. Muss mal kurzerhand. Wurde gespottet? Ich nicht. Das heißt, die... Da wurde er aufgeschlagen. Hier wird weiter eingetreten. Wo ist die Drohne? Die können wir gut. Alter. Wurde ich nicht mehr sagen, dass das Fenster offen ist. Das Fenster? Es ist offen. Die Tür? Da piekt jemand in die Tür rein. Ja. Hey, wieso kriegt ihr einen Hitmarker hier? Über mir war, glaub ich, eben was da los. Einen hab ich. Ich bin fast down. Nee, doch nicht. Hat nur 50 gemacht. Alles gut. Hm. Ich war nur 30. Hey McFly. Wir seien irgendwie ganz komisch am Dach rum. Das Fenster, was wir Richtung.... Öhhh.... Westen.... Oder halt... Aber oder wo? Das Miralfenster... Au. Wo? Draußen oder was? Ja ne? Keine Ahnung. Hab ich nicht gesehen. Der Richtung Start ist Barrick oder? Ich bin getracked. Ach, die schießen da irgendwie rechts durch Fenster. Ist es ein Mira Fenster oder was? Nein, die schießen geradeaus durch das Drecks Fenster. Da, hast du noch grad gesehen. Ah ja, da. Einer ist gedaunt, Twitch. Der ist twitch, oder? Der Spurm kann sich... Putze ist da, an der Tür. Ist gedaunt. Fall gedaunt also. Habe ich das mit Mira? Risky Business! Da ist noch jemand, da ist noch jemand. Jakar ist immer noch an meinem Fenster. Die haben da ne Claymore aufgestellt. Jaja, genau bei Jakar steht ne Claymore aufgestellt. Ernsthaft? Ja, der lag am Boden. Haben ihm noch ein Geschenk gegeben. Jakar ist noch im Nebenraum. Der muss ja gleich kommen. Wenn du da hinguckst, Alex, müsste er reinkommen. Fand der auch nicht so lustig. Ist gegangen. Der kommt bestimmt jetzt am Fenster bei mir. Ne, ne, der kommt so. Du hörst ihn doch. Da ist auch ne Kamera in den Gang, ne? Er ist irgendwas... Er ist runtergefroren. Ne, er ist immer noch in dem Raum. Ist immer noch da drin. Er muss durch den Gang kommen. Er hat jetzt eh keine Zeit mehr. Er steht am Mira-Fenster. Kommt jetzt vielleicht durch die Tür. Nicht mehr zu sehen. Könnte jetzt in der Tür drin sein. 15 Sekunden. Er muss. Oh, das hat er gut gemacht. Oh Gott. Oh no. Cheers. Was hast du da gemacht, Alex? Der hat ganz komisch gewiggelt. Guck mal, wie der jetzt trifft. Ja. Ja. Er hat einfach gar nichts gemacht. Außer Geschoss. Da fehlt dir das Kreuzfeuer. Nehmen wir den Käpt'n. Kein Montagne? Ne, ich muss doch hier die neuen Operator zeigen. Ich mach mal Montagne. Ich geb damit übrigens keine Deckung, ne? Warum vorzuhl ich? Spieb's den ohne Schild. Einfach aufm Rücken und geb ihn. Ne, ich duck mich mit denen immer, wenn ich nah rankomme. Ich glaub das wird jetzt ein Montagne-Ace. Alle im Nahkampf. Alle im Nahkampf, ja. Alle im Messer, genau. Ich weiß noch, wie wir am Anfang von Rainbow Six echt viele gemessert haben. Auch mit Montagne und Co. Ich weiß noch in, ähm, mein 4K mit dem Messer unten in den 4 Hatern. In dem Tunnel. Hier fahren? Ja, hier. Richtig verfolgt. Richtig verfolgt. Wie hörst du das? Partyraum. Partyraum. Das ist der Partyraum. Heißt das Partyraum? Alter, was ist das für Kongress? Mit so einer Disco-Kugel und Lautsprechern. Richtigraum oder Kirche. Das kann auch ne Kirche sein. Die haben das vierte Schauspieler. Ja, die berühmte Kirche mit der Disco-Kugel. Das ist nicht die Kirche. Das ist der Partyraum, ey. Feiert den Herrn. Hast du gesehen, wie die da manchmal abgehen in den Kirchen? Wir sind in Amerika. Ja, kann man grad sagen. Das ist so hier mit Gospel. Ja. Einer müsste bitte links die Tür unter das Fenster deffen. Dann kann man hier so schön rein pieken. Ich müsste sagen, wo genau du meinst. Da. Da. Weil du kannst hier so schön dünn daher pieken. Ich geh jetzt aber auch rein, von daher ist das egal. So, ich muss mich kurz katzen. Ich geh jetzt mal um. Nix verstärkt auf der linken Seite, ne. Ist alles auf. Hier sind keinerlei Fußspuren. Soll ich durchputzen? Denk dran, dass, ne. Carvera kann unsichtbar laufen. Ja, aber nur. Hier sind Fußspuren. Ich leg hier ne Claimor auf die Treppe. Hey, die ballern durch. So, die ballern hier gerne durch. Ach, hier ist ne Mira. Ah, hier ist ne Mira. Hier hab ich doch gesagt. Gar nicht mal so schlecht platziert. Soll ich die mal trollen? Okay, sie haben sich selber trollt. Ist aufgegangen. Aua, aua, aua. Ist doch nicht dein Ernst jetzt gerade Jäger hier. Einer ist low, der Jäger. Nicht reingehen. Äh, Treppe. Treppe kommt hoch. Ach, kriegt man nicht mit, wenn man seine Claimor kaputt macht. Äh, ne. Kriegt man keine Meldung. Das ist jetzt scheiße. Zwei Stück kommen von unten. Zwei Stück kommen die Treppe hoch. Da muss jetzt einer helfen, Leute. Einer ist im Raum. Ja, hier ist alles auf. Pass auf, ne. Ja, kann ja nur einer. Zwei Stück auf der Treppe. Einer im Raum. C4. C4 irgendwo. Vorsicht, hinter dir. Ist die nicht hochgekommen? Die gehen jetzt unten lang. Na? Ja. Wie gesagt, die gehen in den normalen Wegen. Oh, sie ist, stimmt. Die ist jetzt wieder im Raum. Wo ist sie? Keine Ahnung. Treppe, immer noch Puls. Jetzt ist Puls, aber Treppe. Komm, ich fly. Ist weg. Pass auf. Ja, ich wollte nicht da durch abgeknallt werden. Ah, genau das. Ja, lol. Durch die Treppe durch? Du siehst die von oben? Das ist dann... Ah, Sachse rechts wieder. Da der. Boah, doch. Die hat das Fenster oben aufgemacht. Deswegen. Hilf ihm, Sachse. Oben, oben. Oh, okay. Two on one. Also die letzte ist denn Mira und die war gerade noch oben in dem Raum. Mach die Tür zu. Mach doch die Tür zu. X hier. Ne, er ist oben. Ach, da oben. Er springt die Treppe. Die Leiter springt gleich drunter. Er wird drunter springen. Da ist er. Fuck. Okay, jetzt kommt das Duell. Da hättest du schon lange schießen können. Da hättest du aber auch schon lange vorher schießen können. Er wollte der Last survival spielen. Den konntest du locker sogar anvisiert abschießen. Warum? No Scope hier. Hinlaufen können sogar. Hat mir im Schild schlagen können, ey. Kunrad, du hältst deine Streak. Das gewonnen haben war ganz gut, ey. Ich halte meine Streak, ja. Kunrad räumt wieder richtig ab. Wir haben drei Matches in Folge gewonnen und Kunrad hat null Kills. Wir haben sogar fünf in Folge gewonnen. Ich hab null Kills. Wollen wir die von letzter Woche mitnehmen? Nimm Jäger, das kennt wirklich jeder die Waffe von ihm. Nee, nee, nee. Nee? Nee. Mit Doc bin ich wenigstens nützlich. Da kann ich nur mal einen heilen. Wenigst Dark ist ein Hit. Ja, hier in den Favelas hat er mich geheilt. Ja, und Alex auch. Ich bin fünf. Achso, hier wollten wir offen lassen, oder? Ja, ein Fenster reinsetzen. Nee, ich kann kein Fenster reinsetzen. Nur wenn ich's von hier anbringen würde. Ich mach das aber, ne? Also einer kann sich die Küche nehmen. Er hat ein Fenster hier. Wieso ping ich denn jetzt noch einmal? Wenn du gespottet wirst, pingst du automatisch auf den Boden. Kann ich zumachen? Ja, ne? Ja, ja. Oh, ich hab die komisch angebracht. Das wird nicht funktionieren, oder? Ja. Was wolltest du machen? Ja, das Fenster ist komisch angebracht. Guck hier links. Ja, das ist nur ein Millimeter. Kannst du die noch zumachen wenigstens? Eine hab ich noch. Ja, für die... Nee, die andere eher. Lieber die hier? Ja. Ja. Ja, wenn du jetzt... Bald ist für den Arsch. Nein. Ganz knapp, ne? Dass man durchgucken kann. Guck mal einfach zu hier hinten. Ja, genau. Man kann die Tür ja zumachen. Der Sachs hat schon einen. Oh, man kann bis zum Fenster da hinten durchgucken. Oh, Gottes Willen. Was war das denn? Von wo? Ich glaub von der Tür aus. Von der Tür da. Ja. Ich kann bis zum Fenster im Tower schauen. Ja, das Blackbeard auch passen. Da ist ne Drohne grad reingefahren. Die Schockdrohne fährt da rein. Ja. Hat das Fenster kaputt gemacht. Nein, weder. Hat Kamera kaputt gemacht. Einer ist reingekommen, glaub ich. Tower. Tür zum Raum geht aus. Ich wollte getrackt von Jackal. Rainbow. Schockdrohne. Hat die einer? Ah, nein. Hier ist irgendwo bei mir. Kann da einer die Schockdrohne abschließen? Ich seh das ja nicht. Ja. Ihm an dem Laser folgen. Waschraum einer Drohne. Habt die Schockdrohne. Ich steh mal hier hinten in den Raum. Ich werd nämlich grad getrackt von Jackal gleich. Ich werd noch einmal getrackt von Jackal gleich. Jetzt ist hier... Oh ey. Überall Drohnen hier. Meist Risikomove. Jo Blackbeard. Du bist einfach nur vorbei und griffen. Lol. Ist der gedowned, der Blackbeard? Nee. Der hat aber sein Schild halt nur verloren. Der hat aber noch eins. Der ist aber bei mir einfach. Uncrushed. Ist bug. Live. Ich wurde wieder getrackt von Jackal. Guck in den Raum rein. Das ist live. Ich hab die Tür rechts. Da ist noch jemand. Das ist Twitch. Achtung hier ist ein Loch drin, ne? Links von dir. Ich wurde wieder getrackt von Jackal. Lol. Scheiße. Ja. Es ist mir auch grad alles aufgefallen. Kamera weg. Das hat aber einer von uns gemacht, oder? Das wissen die nicht. Weiß es nicht. Da draußen steht auch noch einer. Hinter uns. Hinter uns. Über uns. Ich verwendel meine Leiche. Ich hab einen. Oh, einer unterwegs. Der war aber unten. Ich glaub bei mir hier ist einer. Ich glaub bei mir hier ist einer. Einer ist gut angeschossen. Naja da hinten. Links vorbei. Könnt ihr hier in diesen. Könnt ihr da in den Killhole kommen? Ja. Ist drin. Ist wieder raus. Da ist. Einer von oben down. Einer von hinten down. Ist am Fenster. Mirror Fenster. Nicht draußen. Linke. Das andere Mirror Fenster. Das ist das. Das könnte vielleicht funktionieren hier. Ich kann euch diese Tür wo er die ganze Zeit gepiekt hat. Wenn er da kommt kann ich euch das sagen. Das heißt ihr müsst den Gang im Blick haben. Und wenn ich Tür sage ist das diese Außentür ne. Wo der die ganze Zeit immer reingepiekt hat. Ok. Das sah jetzt nicht so gewollt aus. War voll gewollt. Das Kugentablet hat mich geschützt. Ach Kunter. Ey Kunter mach das. 0-3 war sein bestes. Komm er schafft jetzt ein Ace. Oh shit. Jetzt bin ich dreimal gestorben. Davor bin ich nicht gestorben. Ja. 0-3 hattest du auch schon mal. Habe ich schon 0-3? Ja ja. Aber 0-4 noch nicht. Ach komm. Das schaffe ich. Selbst anfeuern. Ui. Locate the Biohassard Container. Nils hat mir noch nicht geantwortet. Hört sich da unten oder oben an? Küche und Co ist es schon mal nicht. Ok. Oben anscheinend. Ja. Olé olé. Olé olé. Oh. Montagne ist nicht so geil. Ah Puls. Komm ne. Montagne vor das Fenster stellen. Durchballern. Na. Wir haben viel C4 dabei. Ja das wäre so ein Puls von unten. C4 hoch an die Decke. Bogentod. Wie immer. Aber wir haben ja schon keinen. Noch 5 Sekunden. Und du hast mich nicht geschossen oder? Nene ich hab den mit der Twitch-Drone geöckert. Achso. Bei der Twitch-Drone können wir nicht zugucken? Zum Angriff. Ja da habe ich das nochmal angeschossen. Ja da geht nicht. Ich hab das mal die Fuge-Ladung nicht an die Decke packen kann. 18 Punkte. So Plan ist hier in den Raum rein. Da oben. War grad nicht einer von denen da unten? Äh ne Twitch war auf dieser Muttertreppe. Na da oben ist einer drin. Hier. Wo warst du? Ja. Also wahrscheinlich genau in der Ecke hier hockt er. Hm. Ich check mal ab. In der Garage ist keiner. Hauptraum. Da ist jetzt auf der Schnelle auch nichts. Na da hockt einer drin in dem Raum hier vor mir. Kamera am Arsch. Dann Granaten rein und reinspringen. Warte, warte, warte. Von unten könnt ihr den sprengen. Von unten könnt ihr den sprengen. Ich lenke ihn grad mit der Twitch-Drone ab. Der Twitch-Drone. Ich bin schon im Party-Raum Leute. Ich hab nichts zum Sprengen aber. Oh viel Spaß ne. Ich reg das Ding hier nicht auf. Was ist das denn? Sehr geschickt. Ja hinten durch ist einer. Hier dazu. Zwei. Ja. Ja. Schade. Der ist da wirklich Smoking geworfen. Ich komm hier nicht weiter. Warte auf! Hat mich gescannt. So du bist auf dem Dach. Hier in den Raum ist gut. Ist der jetzt links oder rechts? Der war gerade zu. Ach. Ist immer noch in der Küche drin. Einfach wirklich dev da gewesen. Ja ich hab. Ich hatte von den Steps gehört dass einer weg gegangen ist. Sehr gut. Der Puls hat ja nur auf sein Handy geguckt. Ja. Die Jugend von heute ey. Wir müssen uns vorsichtig vorwärts bewegen. Das Problem ist hier ist Strom. Der ist. Na ich komm hier nicht lang mit dem Schilder. Du kannst ja locker alles weg schießen jetzt. Und der hier rechts links ist einer im Raum. Der links ist einer im Raum. Der wo wir direkt vorstehen. Alex. Partyraum einer rausgekommen. Partyraum? Ja. Ne hier ist sauber. Aber der ist ja durchgerannt. Warte ich kann es euch vielleicht dann noch sagen. Der ist wieder im Partyraum zurück gegangen. Strom haben die hier gelegt. Oh Gott. Oh nein. Der guckt ja da kurz in die E-Kamera rechts. Was? Alter. Das war 3 Mark. Komm hol sie dir. Hol sie dir beide. Ah das war das war deine Chance. Beste Chance hattest du da. Wieso drehst du dich weg vom C4? Da kann er ankommen. Genau. Da schießt er gleich in die Beine. Was? Du warst nicht in der Ecke. Du warst nicht. Nein er war vor dir in die Ecke gegangen. Mal gucken. Er ist auf jeden Fall vor dir rüber. Ja. Äh. Genauso sah es aber auch in der Egelsicht bei dir aus. Ja. Bei mir sah es aus als ob man in die Luft schießt. Aber Montagne ist eh verbuggt. Nein das war nichts. Als langjähriger Montagne-Spüler kann ich nur sagen nein. Aber du kannst ja alles korrekt. Doch. Ich kann dir ein Video schicken. Da war aber kein Bug. Aber du hattest auch zwei Chancen schon gehabt. Als du in der Ecke in dem Raum standest hättest du das Schild nicht ausfahren dürfen. Und als die erste reinkam hättest du dir direkt einen mitgeben können. Genau einfach schlagen. Gutsch. Erster schlagen. Zweiter schlagen. Und als du die Miran dir vorbeilaufen lassen hast. Da hast du die Chance vertan. Wusste dir hat schon keiner wo du bist. Es ist eigentlich lustig dass die es nicht wussten wo ich bin. Ja die ist ja wirklich. Die wollte ja einen C4 rauswerfen. Ja die hat sich ja auch. Ja die hat sich ja auch. Da ist es. Okay zwei Leute gehen nach oben. Wahrscheinlich wieder Mira. Ja und ein Bandit wahrscheinlich. Also Mira war's wahrscheinlich. Ja Bandit und Mira war's. Ja Bandit und Mira war's. Bandit. Ne Smoked. Okay. Besten Drohnen gibt es nur bei mir. Im Turm nach oben oder im Raum nach oben? Partyraum. Also im Raum nach oben. Man hört ihn noch. Im Raum selbst sind drei. Ja. Die haben sich gegenseitig angeschossen. Ne. Achso okay. Ich habe aber auch mit Switch den Elektroaktiv getroffen. Na okay. Einer ist auf jeden Fall hier oben. irgendwo. Ah. Ich würde gespottet. Noch irgendwas? Der hat ihn gerade gesehen. Da. Hast du einen gesehen? Ich sehe hier keine Fußspuren. Ich sehe hier keine Fußspuren. Da hinten in der Ecke. Okay ich habe das Fenster aufgemacht bei den Partyrahmen. In der Ecke sagst du? Nein in der Ecke. Bin ich hier reingesterbigt doch. Oh hier ist ein Mira Fenster. Naja das habe ich aufgemacht. Die müssten auch da oben sein sogar. Das habe ich aufgeschossen ja. Versuchen wir mein Glück. Achtung Explosion. Ja sie gut. Ja Jäger. Wer macht denn da oben Jäger hin? Das war kein Mensch. Doch direkt da ging. Na gut. Hier sind auf jeden Fall. Hier war keiner. Ich komme da mal rein. Das Fenster ist doch gar nicht offen oder? Nee. Das ist ja immer noch. Aber auf jeden Fall ist das. Kommt schon ey. Es gibt echt gute Waffen. Und es gibt echt bescheidene Waffen. Der war ja hinter dem Mira Fenster hinter dem unteren was offen ist. Und hat aber schon 40, 50 Damage bekommen. Nee Backdüsen tun wir jetzt nicht oder? Immer noch da in der Ecke sitzen. Aimst du die Tür ab? Ich teste mal was aus. Welche Tür? Mal gucken ob die dumm sind. Wir gucken jetzt ob die dumm sind. Da ist keine Tür. Ich glaube sie traut sich nicht. So. Der ist gut angeschossen. Die ist down. Der ist gedaunt. Ich hab'n kill. Ich hab'n kill. Ich hab'n kill. Ich bin raus. Ich bin raus. So jetzt gucken wir ob die dumm sind. Mal auf der Blitze ist immer noch low. Also. Fuck. Wow. Gut dass er nen Keller gedefft hat. Blitze ist im Keller. Da ist aber auch. Da war ja auch kein Keller bei dir den ich deffen konnte. Soll ich bei der Fenster aufschießen? Ja. Äh. Wahrscheinlich kann ich ihn nicht. Kannst du mal kurz das hier decken? Ja. Ich hab'n. Eine Minute zehn. Was war das gerade für'n Geräusch? Eine Minute zehn Geräusch. Da ist an dem oberen Mirror Fenster ist halt niemand. Eine Minute glatt. Er ist nicht dumm. Na komm. Wenn er keiner ist. Er ist nicht nicht dumm. Da ist einfach niemand. Doch. Da ist einer. Ja. Noch einer? Bin low. Hab noch 19 HP. Go go. Der Blitz ist auf. 45 Sekunden. Der Keller war der Blitz. 40 Sekunden. Ich geh hier rum. Ich geh hier rum. 35. Wo sind die? Es ist nur einer drin. Geht rein. Es ist nur einer drin. Aber jetzt gehts los. Nur einer. Der andere war ähm oben. Wo sind die? Da da. Und rein. Muss man auf die kommen. Er ist Haupttür schon. Link rechts. Rechte Haupttür. Komm schon. Den habt ihr. Den habt ihr. Leg dich hin. Guck link einer. Magfly links sagst du rechts. Äh guck nach rechts. Magfly links. Links war er. Links ist da. Leg dich hin. Was ein Luck Shot. Sah nicht so aus ey. Ich dachte eigentlich auch nicht. Ich dachte wir haben verloren. Hä? Ja der Blitz ging doch nach unten. Im runterfall. Ja. Das war schön. Alles wieder gut gemacht. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Schaut euch die ganzen Kanälen vorbei. In der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.